Unendlich sind. Dem Mac, ein aggressiver Konter, der einen Gegner zurückwirft. So sorry. I don't check it. I don't check it. Hä? Beide zusammen, also okay. You are raining shame on my school. Nice. Okay, das find ich gut. Aber ich werde mich nie daran geben können oder mich daran erinnern können. Okay, nice. Beides. Hi. 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 Das war's mit Sifu. Dimmac. 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 Nice. Wie schaff ich das? Weyer holt sich nach einem gescheiterten Konter wieder. Da haben wir alles. Da haben wir alles. Und da haben wir auch alles. Vielleicht bei diesen Turnieren. Aber ich glaube da auch nicht. Vielleicht bei diesen Turnieren. Aber ich glaube da auch nicht. Ich würde sagen wir machen noch diese zwei Derbys, Spritztouren oder was auch immer das sind. Zeit drin. Einfach um sie gemacht zu haben. Spritztour. Was soll das denn jetzt heissen? Alle Gegner bischen eben doch. Ist schön, dass sie einfach hinter uns spawnen. Ich finde das im Lied ja. Ich muss man sie näher kommen lassen, da das einfacher ist zum Ziel. Und dann das ein. Nice Zerf Einschlag. Wir ... We did it. Das wars. Nice. Sorry, ich sage ziemlich oft nice, fällt mir manchmal auf, sollte ich mir ein bisschen abgewöhnen. Zum Beispiel hier könnten wir die Typen abschlagen, dann gibt es vielleicht ein paar Punkte möglicherweise. Sieht leider irgendwie nicht so aus, daher ist das unnötig und doof, wie können wir uns noch hochleveln? Wahrscheinlich gar nicht. Wieso bin ich jetzt wieder hier? Wahrscheinlich kann man sich halt echt nicht mehr hochleveln, was ich doof finden würde. Oh shit, das brennt gleich das Auto. Boah! Okay, die bringt gleich alle. Ja gut. Müssen wir wieder selber fahren? Ja, müssen wir wieder. Was? Ja gut. Ja. Ja gut. Ja genau. Okay. Das ist ja nicht einfach. Ich würde jetzt einfach ein paar Punkte sewn. Ja gut. Ja, das ist ja nicht. Ich würde eben woanders nehmen. Oh, das ist ja nicht. Kann ich ja nicht? Es ist ja nicht. Duest ja nicht? Ich würde auch nicht nur Tor. Man hat dich nicht mehr raus. Deine Jungen wurde einfach rausgefahren. Ja gut? Ich würde nicht nehmen. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's auch hier wieder, gut Das läuft ziemlich gut und schnell Finde ich gut Und jetzt sind wir auch schon hier, an diesem Job Ja, nee, warte Wir machen jetzt mal wieder was für die Polizei Haben wir ja auch noch ein paar Aufträge So, ich wollte euch doch keine Angst machen Wie soll ich mein Job machen, wenn du mich auf jeden Fall Okay, Herr, ich verstehe, ich einfach... Ich werde es herausfinden Alles gut? Diese fucking Politiker, die... They want me to clean up the streets But they won't give me the resources I need to do it I got something for you And I'm all you need to close it Yeah, well, it better be good I'm in a pretty shitty mood right now I'm not gonna lie Kidnapping down at the K-Bar Russian hostess Probably here illegally Now, I'm gonna investigate it further But I wanted to give you the heads up You know, I keep waiting for the other shoe to drop with you But you've really helped us out lately Let me know what you find Okay, sind das alle, die noch... Im Spiel sind... Die roten Leute... Möglicherweise I knew his family when I was in school, sir And if he faked crazy at 8 years old, just so we wouldn't... That's easy Alter, aber sie ist so weit weg Aber ich habe gesagt, ich mache jetzt erst mal wieder ein paar Cop-Jobs Also, ja... Neue Fälle, so... In dem Sinn Oh, ein Feuerwehrauto Möchte ich gerne mal fahren Oh shit Das sieht lustig aus Oh shit Oh shit, sorry Hey you asshole, I hope you crash. Boah, der fliegt. Und der ist tot. Das ist ein gutes Auto zum Rahmen. Und umflug zu stiften habe ich es so langsam. Sorry. Ich muss mal ein bisschen Unfug anstellen. Das ist ein gutes Auto. Ich will den Schilden. Hä? Ich wollte das Auto gar nicht. Junge. Ich möchte das Auto gar nicht. Gut, dann muss ich das Auto halt stehlen. Also auch das hier oben und das hier. Okay, 300.000. Ja gut, das sage ich jetzt nicht nein. Ich glaube, ich google gleich, ob wirklich... Wie schon tausendmal gesagt, die Missionen wirklich unendlich sind von Tran oder wie der heisst. Weil die anderen, die Geldschulden-Missionen, die wurden ja irgendwann dann abgebrochen, so gesehen. Oder wir sind ausgestiegen. Weil sich der andere umgebracht hat. Aber hier passiert ja irgendwie nicht viel. Kann halt echt sein, dass es hier bloß zum Geldscheffeln ist. Deswegen schaue ich gerade mal nach. Okay, er hat 20 Aufträge, heisst im Internet. Ich habe keine Ahnung, wie viele wir schon gemacht haben. Was hast du eigentlich hier noch für Autos? Besorg mir einen Rich-Sport. Versuch dein Glück auf Averyn Island. Schönes Lied für Elise. Hey, man. Ich möchte ihnen noch mehr kaufen. Es ist ein bisschen nervig, die Lackierung zu ändern. Ich kaufe jetzt einfach ein bisschen Autos ein. Wir haben 40% Rabatt. Nice. Das ist geklaut. Das ist auch geklaut. Okay. Der hat alle Autos geklaut. Wahrscheinlich, wie wir ihn bringen. Okay, das ist das Letzte, das er hat. Nee, ja. Okay. No pocket in front of we keep Chad's movie studio. I'm not sure he knows his God yet. Love is love. Adi, yo. Genau. Gracias. Ich rivall. Ich wde mich. Was Jack. Ich wde mich. Wo proceed. found reach war. Okay. Jetzt.